Florian Silbereisen, das Gesicht des deutschen Schlagers, zeigte sich in den letzten Monaten ungewohnt nachdenklich und betrübt. Hinter den Kulissen seines sonst so strahlenden Lächelns verbarg sich ein Schmerz, der tiefer ging, als viele ahnten. Diese Traurigkeit blieb auch Beatrice Egli, seiner langjährigen Partnerin und Vertrauten, nicht verborgen. Obwohl sie immer wieder versuchte, ihn aufzumuntern, um ihm mit ihrer Fröhlichkeit zur Seite zu stehen, schien ihr Strahlen im Angesicht von Florians Schmerz allmählich zu verblassen. Ein Insider berichtete, Beatrice ist sehr besorgt. Sie kann es einfach nicht ertragen, ihn so zu sehen, und es macht sie selbst traurig. Die Frage, die sich viele stellen, was war es, dass Florian so sehr belastete, dass es sogar Beatrice aus der Fassung brachte, ihre gemeinsamen Auftritte, die normalerweise von Leichtigkeit und Freude geprägt waren, wirkten in letzter Zeit angespannt. Beatrices Lächeln wirkte gezwungen, und Florian schien in Gedanken versunken, selbst wenn die beiden in der Öffentlichkeit Seite an Seite standen. Man merkt einfach, dass etwas nicht stimmt, kommentierte ein aufmerksamer Firma auf Sozialmedia. Florian sieht so aus, als ob er mit sich selbst kämpft, und Beatrice wirkt hilflos. Der Wendepunkt kam, als Florian und Beatrice bei einem Event in Berlin auftraten. Als sie gemeinsam die Bühne betraten, und ein Duett zu singen, fiel den Zuschauern sofort auf, dass die beiden nicht die gewohnte Chemie ausstrahlten. Beatrice schien sich besonders Mühe zu geben, Florian zu motivieren, doch sein Lächeln blieb flüchtig. Die Fans konnten nur spekulieren, hatte sich etwas zwischen den beiden ereignet, oder gab es einen Grund außerhalb ihrer Beziehung, der Florian so sehr zusetzte? Einige Insider berichteten, dass Florian in letzter Zeit mit einer persönlichen Traködie zu kämpfen hatte, die ihn schwer traf. Doch die genaue Natur dieser Traködie blieb unklar. Gerüchte kursierten, dass er möglicherweise einen schweren Verlust in der Familie erlitten habe oder dass gesundheitliche Probleme in seinem Umfeld ihn belasteten. Es ist etwas, das ihm wirklich nahe geht, erklärte eine Quelle. Beatrice versucht, ihm beizustehen, aber man kann sehen, dass sie selbst darunter leidet. Die Situation verschärfte sich weiter, als Florian und Beatrice bei einem privaten Termin in einer Klinik in München gesehen wurden. Florian sah sichtlich erschöpft aus, während Beatrice an seiner Seite blieb um ihn unterstützte. Die Paparazzi, die die Szene aus der Ferne beobachteten, spekulierten sofort über den Grund des Krankenhausbesuchs. Geht es Florian gut, oder ist etwas mit einem Familienmitglied, lauteten die Fragen, die sich viele stellten. Die Sorge und die beiden stieg, und die sozialen Medien wurden von besorgten Nachrichten der Fans überflutet. In einem späteren Interview wurde Florian direkt auf die Gerüchte angesprochen. Er versuchte, ruhig zu bleiben, doch es war offensichtlich, dass ihn die Situation belastete. Es ist schwer, darüber zu sprechen, sagte er und wandte den Blick ab. Manchmal passieren Dinge im Leben, die man nicht ändern kann. Man muss einfach lernen, damit umzugehen. Die Fans warteten gespannt auf eine Erklärung, doch Florian blieb vage und gab keinen konkreten Hinweis, was ihn so sehr beschäftigte. Auch Beatrice hielt sich bedeckt, doch ihre besorgte Miene sprach Bände. Einige Tage später folgte dann der nächste Schock. Beatrice wurde von Paparazzi allein in einem Park gesichtet, und die Bilder zeigten sie mit verweinten Augen. Sie saß auf einer Bank, den Kopf in den Händen vergraben und schien in tiefer Trauer versunken. Sie sah so verletzlich aus, berichtete ein Augenzeuge. Man merkte, dass sie mit den Emotionen kämpfte. Die Fans fragten sich, ob dies das Ende ihrer Beziehung bedeutete oder ob Florians Schmerz so groß war, dass er selbst Beatrice, die stets an seiner Seite war, nicht mehr trösten konnte. Die Wahrheit kam schließlich ans Licht, als Florian in einem emotionalen Startement vor die Presse trat und endlich den Grund für seinen Kummer offenbarte. Ich weiß, dass viele von euch sich Sorgen gemacht haben, begann er. Und ich danke euch für eure Unterstützung. Es ist Zeit, die Wahrheit zu teilen. Die Spannung im Raum war spürbar, und die Fans hielten den Atem an. Es geht und meinen Vater, erklärte Florian mit tränenerstickter Stimme. Er ist schwer erkrankt, und es fiel mir schwer, das öffentlich zu machen. Die Fans waren schockiert und zugleich erleichtert, dass sie nun endlich Klarheit hatten. Florian erzählte weiter, dass sein Vater schon seit einigen Monaten unter gesundheitlichen Problemen leide und dass die Ärzte erst kürzlich eine ernsthafte Diagnose gestellt hätten. Es war ein Schock für uns alle, fuhr er fort. Wir haben gehofft, dass es ihm besser gehen würde, aber die letzten Wochen waren besonders schwer. Beatrice, die während des Interviews neben Florian saß, hielt seine Hand und versuchte, ihn zu trösten. Ich bin immer für ihn da, sagte sie mit sanfter Stimme. Wir gehen durch diese schwere Zeit gemeinsam, und ich werde alles tun, um ihn zu unterstützen. Die Fans waren tief berührt von der Aufrichtigkeit der beiden und von der Art und Weise, wie sie ihre Trauer miteinander teilten. Florian erklärte, dass die Krankenhausbesuche, die die Paparazzi beobachtet hatten, Teil der Behandlung seines Vaters gewesen seien. Es war schwer, das alles geheim zu halten, gestand er. Aber ich wollte, dass mein Vater in Ruhe behandelt wird, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt.